Sebastian Blau gilt als einer der bedeutendsten schwäbischen Mundartdichter. Dabei hatte es einen Dichter dieses Namens nie gegeben. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich nämlich der Gründer der Stuttgarter Zeitung, Josef Eberle, geboren in Rottenburg. Genau in dieser Bischofsstadt veranstaltet der Verein Schwäbische Mundart e.V. seit sieben Jahren die Sebastian Blau Tage ein Mundartfestival. Die achte Auflage folgt in der kommenden Woche. Wolfgang Wulz, der Vorsitzende des Veranstaltervereins, stellte ein volles Programm aus drei Abenden vor. Los geht's am Donnerstag mit Sebastian Blaugedichten, vorgetragen von Peter Nagel. Am Freitag folgt das Schwäbische Mundartfest in Beisingen. Mit dabei unter anderem der 37-jährige Liedermacher Thomas Felger, außerdem Friedel Kehrer, bekannt als Bronnweiler Weib, hier aber auch als Liedermacherin mit nachdenklicheren Zahlen unterwegs. Neben Klaus-Dieter Reichert tritt auch Markus Neuweiler als Scheitler auf. Am Samstag kommt dann eigentlich der Höhepunkt der Sebastian Blau Tage in der Rottenburger Festhalle mit den beiden ersten Platzierten des Sebastian Blau Preises für Liedermacher. Elena Seeger, eigentlich aus Hausen im Killertal, lebt aber jetzt in Stuttgart. Sie tritt ebenso auf wie die Traufgängerinnen. Sie haben ja mit einem wunderbaren, ruhigen Lied über Julius den Preis gewonnen. Aber sie haben natürlich ein großes Programm, aus dem sie Auszüge dann an diesem Abend bringen. Und wir hoffen sehr, dass vor allem auch an dem Samstagabend noch etliche sich entscheiden, Karten zu bestellen und dort hinzukommen. Alle Veranstaltungen finden unter den jeweils geltenden Corona-Bedingungen statt. Das heißt Maskenpflicht und 3G. Je nach aktueller Lage auch 2G. Wir sind aber dankbar, dass wir nicht vor der Frage stehen, muss die Veranstaltung nur im Netz und nur online stattfinden. Denn ich glaube, viele warten darauf, auch wieder selber im Publikum zu sitzen, gemeinsam mit anderen zu klatschen, zu lachen. Und das soll bei den Sebastian Blau Tagen möglich werden. Der Vorverkauf für den schwäbischen Abend läuft bei der WTG am Rottenburger Marktplatz. Hier gibt es nur noch Restkarten. Für das schwäbische Mundartfest in Beisingen und den Preisträgerabend in der Festhalle gibt es nur Online-Karten unter tickets-at-mund-art.de.